Ich habe vor hunderten Menschen mitten in Köln Saltos gemacht. Oh, das ist hier auf der Domplatte, oder? So kam es dazu. Kai, meine Freundin, mein Bruder und ich haben uns gegenseitig Challenges gestellt. Da bin ich auch mal längst gesteppt. Kai musste zum Beispiel diese Polizisten mit einem Salto beeindrucken. Und meine Aufgabe war es, Mickey Mouse mit einem Backflip zu... Oh nein, das gibt es jetzt auch in Köln. Einfach Mickey Mouse in so einem richtig miesen Kostüm, wo du dir denkst, Alter, Mickey zieht gleich ein Messer. Überraschend. Und als dann Merle an der Reihe war, sind wir auf diese Breakdance-Gruppe gestoßen. Die haben uns dann gefragt, ob wir bei deren Show mitmachen wollen. Und natürlich haben wir ja gesagt, nachdem die dann mit ein paar heftigen Moves vorgelegt haben, waren wir dann an der Reihe. Die Leute haben es auf jeden Fall richtig gefeiert und ich bin mega dankbar für diese Erfahrung. Einfach zu weit. Weil immerhin kann ich jetzt behaupten... Boah, nee, das wäre gar nichts für mich.